Es war im Winter, als ein grauenhaftes Drehbuch zu einem Film geschrieben wurde, der eventuell hätte besser werden können. Als eine Königin die Hand nach einer Rose ausstreckte, die der Kälte trotzte, stach sie sich. Sie muss eine Vene getroffen haben oder so, denn gleich drei fette Bluttropfen quollen aus ihrem zarten Finger. Und weil das Rot im Schnee so lebendig aussah, dachte sie sich, hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, ihre Lippen so rot wie Blut und ihr Haar so schwarz wie Ebenholz. Sekunde, ich weiß was unheimlicheres. Schwarz wie die Flügel eines Raben. Ja, ja, ihr merkt, das wird hier ganz schön düster. Kurz darauf war die Tochter der Königin geboren. Welch ein Zufall. Und man gab ihr den Namen Snow White. Nein, nicht Schneewittchen. Der folgende Winter war der härteste seit Menschengedenken und Snow White's Mutter starb. Kennt man ja so, dass plötzlich die Mütter im Winter anfangen zu sterben. Was kennt ihr nicht? Ja, ist aber so. Punkt. Ja, dann kam die böse Heiratsschwindlerin und tötete den König, nachdem sie ihn geheiratet hatte. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Äh, das seid ihr, meine Königin. Wie kannst du das sagen? Du hast einen Vorhang vorm Gesicht und kannst gar nicht gucken. Äh, ich bin magisch, Bitch. Mir wurde sowas wärmstens empfohlen. Von wegen, alles betrunken. Durch ihre Herrschaft gingen alle Pflanzen ein und alle wurden ganz traurig. Und während dieser ganzen Zeit blieb Snow White hoch oben im Nordrum gefangen. Ohne Dusche. Oh ja, sie stank wie ein Schwein. Und sah auch noch so aus. Was? Was hat der Kerker nur aus dir gemacht? Äh, ich sehe immer so aus. Äh, oh. Wow, hier ist ein Nagel, den ich als Waffe benutzen kann. Warum fällt mir das erst nach all den Jahren Gefangenschaft auf? Auf der Flucht verpasste sie dem Klischeebösen auch noch eine stereotypische Augennabe und schwamm durch das Meer ans andere Ufer. Hehehe, andere Ufer. Hallo, ich dachte, ich warte hier mal auf dich. Jahrelang. Jeden Tag. Ähm, okay. Wollt ihr mich verarschen? Das war der wohl schlechteste Prolog aller Zeiten. Und wie kann sie auf dem Pferd weggaloppieren, wenn sie jahrelang im Kerker saß und kaum noch Muskulatur besitzen dürfte? Diese ganze Eröffnung ist so an den Haaren herbeigezogen, dass die Vermutung nahe liegt, das Drehbuch stammt von einem arm- und beinlosen Affen ohne Hirn. Das Drehbuch stammt von einem Arm- und beinlosen Affen ohne Hirn.